jojohle und herzlich willkommen zu einer weiteren folge jumpleach hier auf dem playminity server und ja hier fehlt irgendwie glaube ich eine spur oder die sind so weit auseinander egal auf jeden fall wollte ich hier mal kurz was ansprechen vorab was mir aufgefallen ist wenn ich hier auf dem server hier aufnehme das ist also es keine ahnung mir fällt einfach auf wenn ich aufnehme also zum beispiel ich habe ja letztens erst gemütlich gebracht so ein tag später neues neue module auf playminity für jumpleach ich denke mir so wieso habe ich immer so weg also keine ahnung mir fällt es zurzeit richtig auf immer wenn ich hier auf dem tag später sind aber neue module da und deswegen ja wenn ich die neuen module ich jetzt hier ein bisschen verspätet bisschen näher darauf eingehen also jetzt das hier ist sind halt noch alte soweit ich weiß ich glaube bisher zum beispiel ist auch schon alle oder ich weiß nicht aber jedenfalls sind neue module dazu gekommen das ist auf jeden fall steht fest und ich hatte auch gerade schon eine runde aber da konnte ich einfach nicht nehmen weil ich am deathmatch einfach so behindert mir ist eine einfach die ganze zeit hinterher gerannt wo ich dann sind auch langsam nicht mehr verstehe und dann wurde ich drei mal abgestopft von fünf leuten ungefähr und das war auch nicht schön und ja deswegen keine ahnung die runde konnte ich aber nicht nehmen und ja deswegen hier jetzt noch eine und ich bin am vor produzieren da ich am 21 deswegen muss ich da über die woche über die wochenende ja über das wochenende kommen weil ich am 20 geburtstag habe was ihr schon wisst aber egal so hier ist eine kiste und mir ich glaube es war bei dem video bei dem letzten da haben voll viele geschrieben dass die kiste übersehen hat in dem planeten da drin oder was das war ich hoffe dass es das video war nicht irgendwo im live stream weil keine ahnung habe ich es im live stream gespielt ich weiß nicht auf jeden fall ist in so einem planeten da wo ich mal drin war in der kiste und ich weiß nicht ob es jetzt letzte champion folge war aber auf jeden fall ja habe ich das übersehen weil es einfach nur so ein kleines loch betten okay das ist ein neues modul das kann ich versprechen weil das hatte ich besetzt noch nicht einmal okay und diese sprünge sind fucking hart was ist ist okay ist die kiste ich will nicht schlafen oh mein gott mit nein ich bekomme nicht das darf dann nicht mehr er ist so lang hier muss ich rangehen ach ja sind gleich schnell ja gut diese parkour ist die letzte dass ich auch immer was neues einfallen schwebende betten alle okay diese sprung wird hart und wird noch härter gut und geschafft gut modul sie was alle wissen wir denn die durchgerutscht es ist schon mit sieben mutter fack alter ziemlich irgendwie voll schnell durchgegangen kann kann sein ah ja das ist der parkour hier wo ich auch noch sagen es haben voll viele geschrieben als ich mal champion gespielt habe ich weiß nicht ob es letztes video war oder nicht ich glaube ich habe ich privat mal gespielt haben voll viel gespielt geschrieben ja der sprung geht nicht oder dieses viel zu hart wird den für die schwierigkeit hier das ist ja noch normal also der parkour ist normal und dieser sprung den habe ich nie geschafft und das war der parkour und ich hoffe jetzt einfach mal dass ich ihn jetzt schaffe ja okay damals voll viel geschrieben das viel zu schwer für dieses level also für normal ist dieses hier angeblich viel zu schwer ich weiß nicht keine ahnung der letzte sprung ist halt für den arsch was ist das uni und ja deswegen keine ahnung okay und ja den hier schaffe ich auch nie und dann falle ich ganz runter ach ja ich wette hier wir kommen hier nicht mehr weiter weil hier ist das mein tod ist ort keine ahnung weil ich falle hier einfach nur runter dann mache ich es nicht mehr richtig weil ich einfach keine lust mehr auf diesen scheiß über kurven dann falle ich runter und dann bla bla blip und ja und jetzt jetzt merkt man schon also keine ahnung ich habe auch den shader drin da ganz einfach der hier also ich habe ja in der sg folge gefragt ob ihr okay hier mein handy wie wird ich muss es echt mal ausschalten ohne aufnahme wahnsinn dass ihr die kommentare schreiben soll ob ich den shader drin lassen soll oder nicht und das wieder kommt jetzt gleich jetzt online in einer halben stunde und und ja auf jeden fall konnte ich da halt noch nicht darauf eingehen was war das da ich wie gesagt dass jeder voraufnehmer weil ich halt vor produzieren muss so ein bisschen und ja deswegen lasse ich hier einfach drin weil es hat ja jetzt noch nichts mit pp zu tun und zieht einfach nur schöne aus und ja also meiner meinung nach und ja deswegen ist der shell hier am start jetzt bitte bitte ich werde ich werde jetzt eh wieder verkacken ich glaube ich muss ja durchspringen aber ich schaffe den sprung nicht hätte es so langweilig ach nee ich weiß ich eventuell sollen die den parker patchen ich weiß nicht also hier hängen voll viele hier man zieht auch im tag 12345 leute hängen hier okay ich glaube ich gerade nicht aber keine ahnung hänge halt übel viele oder doch da hängen die auch noch ich weiß nicht das kann ich jetzt schon mal sagen weil ihr wisst meine mein hass zur rakete ist zu groß ohja bettsprünge okay ich denke ihr wo er wollte bett schreiben aber weiß ich wie man bett schreibt kann es sein wieso soll man ach egal nein ich hasse diesen hässlichen sprung ich werde ihn nie in meinem leben schaffen ohne vor allem die namen schon wieder xx grey lord würde ich mich direkt umbinden aber oh mein gott manche namen ich weiß ich hatte vorhin auch ein da wäre da frage ich mich wie kommen noch so namen oder umbrella jumper kann wieso nicht was ich so oder eintags fliege okay da denke ich mir wieder okay es ist lustig aber keine ahnung bei manchen leuten das ist vorhin hieß auch jemand matt und chad also matt und chad keine ahnung also chad mit zwei zählen ich weiß ja nicht wieso man sich so nennt es ist halt ok 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 jetzt anstrengend pinguin oh mein gott oh mein gott die kiste da vorne will ich noch die kiste da vorne will ich noch 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 will ich will 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 ich ok jetzt habe ich sogar ich habe gerade letzte runde was angesprochen so johann wenn ich nicht anerbekommen bekomme ich keine xp bottles und wenn ich eine xp bottle bekommen bekommen keine charter oder wenn ich eine webbank bekommen habe ich keine sachen wo ich mir was gebracht können oder wenn ich sachen bekommen wo ich mir was kaufen können bekomme ich keine werkbank das ist bei mir immer so und jetzt habe ich mal eine xp bottle unten ein schadet mich gefunden aber bringt mir auch nichts da nur eine xp bottle und kein ganzes level deswegen ist es ein bisschen nicht gut aber ein eisenhals wenigstens ok ich bin gerade ganz vorne oh mein gott nee jetzt muss ich aufholen aber schaue ich wahrscheinlich gar nicht mehr dass ich erster bleibt und das bleibt nicht ohne 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 doch aber ich bekomme keine schuhe egal bringt mir nix aber ich hoffe dass sie nicht sagen weil die leute ich hasse sowas hätte er kennt sich erst mal in die ecke danke für die hose bei der welt oh mein gott er hat er bestimmt minus drei herzen hey man jetzt wird er abgestaubt habe ich glaube ich habe ne doch nicht oh shit ey aber wieso kämpft man denn da in der ecke ich verstehe es jetzt wieder nicht oh ne eintagsflieger moin ich bin's mit ihm ok äh der ist tot hat der ein eisenschwert wtf ok ähm mega bin weil diese namen ey ok hier ist dreylord oh gott oh gott oh gott hab ich noch pfeile nein ok das wird äh bisschen härter diese angel aber na kujung oh man oh gott tschüss tschüssikowski oh gott oh shit ok jetzt haben wir wieder so ein kandidaten ok danke ok hey ich dachte jetzt ist er weg aber nein jetzt haben wir wieder so einen kandidaten ähm die letzte runde der mich über die ganze map jetzt verfolgen wird und nicht loslassen wird das kann ich euch schon mal garantieren dass der uns nicht loslassen wird ehe wir einen gefunden haben der ihn dann äh mir wegschnappt oder ihn von mir weghält können wir echt wetten um 100 euro ey ok doch nicht haha oh man ok 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 alter wie viel essen hab ich dachte ich hab viel weniger ok gut boah ich hab ja auch noch was gut gut moin fack ihn mal ein bisschen ab dass er vielleicht weg geht alter really hahaha ich werde hier erstmal raggen oh das bringt ihm halt nix was ich hier wieder schorten kann ne 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 oh man ok ich muss erstmal was essen und wieder weg ich muss jetzt ich muss jetzt mal kills mal leute sonst geht es so nicht easy abgestockt ah ne wir sind schon drei Sachen rausgenommen worden jetzt gehen wir drauf jetzt gehen wir drauf nein oh mein gott oh mein gott einer tapherzen oh okay läuft bei uns really hahaha ach ja ok ich hab nichts besseres ich hab voll kack rüstung fällt mir grad auf ok ach moin oh shit ey ähm nein ok das war dumm das war sehr dumm da oben ist der andere typ der wird uns jetzt nicht oh gut der rennt wieder da hoch finde ich gut aber der rennt uns jetzt wahrscheinlich nach doch und ich werde jetzt gleich mich umdrehen weil ich dann voll geragt bin und dann werde ich ihn töten shit ey aber ich glaube der ist auch low oh gott hinter uns achso er geht halt nur auf mich wow was war das denn jetzt sagen wir bitte nicht die team sorry aber sie töten sich halt nicht hey das ist der wahnsinn hä töten sie sich nicht das ist doch hä doch ah jetzt werde ich halt abschrauben so ich glaube ich habe den jetzt ne jetzt war ein anderer vorn ok ich habe aber drei Pfeile oh gott oh gott hä ja geil ich sehe ihn halt nicht ok hier oben ist zu oh mein gott und I am away und ich werde abstauben ähm ich habe ihn zweimal abgeschrauben das ist eigentlich so achso tja oh mein gott oh man aber trotzdem fand ich war es eine coole runde ich weiß nicht was sie da gemacht haben aber gut auf jeden fall war es das jetzt von dieser runde wenn sie euch gefallen hat lasst auf jeden fall ne bewerben da oh ich bin ein pigwin ähm und ja das video ist auch voll produziert genauso wie die wie das bad was Ding war auch voll produziert aber nicht lange und ja egal auf jeden fall wenn ihr euch gefallen hat das ne bewerben oder ab morgen dann gibt es wieder ein freshes video und ja auf jeden fall was wenn sie euch gefallen hat das ne bewerben da und wir sehen uns das nächste mal wieder ciao